Hans Christian Blech war ein deutscher Schauspieler. Leben Hans Christian Blech wurde in kleinbürgerliche Familienverhältnisse hineingeboren. Er absolvierte die Höhere Handelsschule in Darmstadt, brach eine Kaufmannslehre ab und nahm privaten Schauspielunterricht bei Staatsschauspieler Josef Keim. Nach seinem Debüt am Hessischen Landestheater war das städtische Schauspiel Baden-Baden sein erstes festes Engagement. Es folgten Stadttheater Krefeld, Bühnen der Landeshauptstadt Kiel, städtischen Bühnen Freiburg und Altes Theater Leipzig. Emil Jannings engagierte Blech 1939 für den von ihm produzierten Film Der letzte Appell, der allerdings infolge des Kriegsausbruchs nicht fertiggestellt wurde. 1941 wurde Blech zur Wehrmacht eingezogen und war als Soldat im deutsch-sovjetischen Krieg. Die markanten Narben in seinem Gesicht stammen nicht, wie vielfach zu lesen ist, aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern von einem Autounfall auf dem Darmstädter Luisenplatz, in den Blech als 14-Jähriger verwickelt war. Ab 1945 war Blech an den Münchner Kammerspielen engagiert, deren Ensemble er bis 1945 angehörte, danach gastierte er an so gut wie allen großen deutschsprachigen Bühnen. Er arbeitete u.a. mit Berthold Brecht und Fritz Kortner. Seine größten Bühnenerfolge waren die Titelrolle in Georg Büchners Wolzeck, 1952 an den Münchner Kammerspielen, und der Möbius in der Uraufführung von Friedrich Dörenmatz Die Physiker, 1962 am Schauspielhaus Zürich. Sein Filmdebüt gab Blech 1948 in dem Defa-Spielfilm Affair Blum als heimtückischer Mördergabler. Er verkörperte häufig zwielichtige Gestalten, wie Z. B., den Soldaten Schinder Platzeck in 08, 15. Immer wieder spielte er in Kriegsfilmen Deutsche Soldaten, war aber darauf bedacht, dieses Klischee mit Rollen wie der des KZ-Häftlings in Der Verschlag und der des Widerstandskämpfers in Morituri zu brechen. Blech, der als Filmschauspieler unter anderem mit Helmut Keutner, Bernhard Wicki, Claude Schabroll, Patrice Scherro und Istvan Schabot zusammenarbeitete, wurde auch von Regisseuren des neuen deutschen Films wie Wim Wenders, Reinhard Hauf und Hans W. Geissendörfer häufig besetzt. In Cadillac spielte er einen wahnsinnigen Goldschmied, in falsche Bewegung einen alten, undurchsichtigen Nazi, in Messer im Kopf dagegen den verständnisvollen, väterlichen Freund der von Bruno Ganz dargestellten verfolgten Hauptfigur. Er war ab 1952 kurze Zeit mit der Schauspielerin Ernie Wilhelmi verheiratet. Hans Christian Blech wurde auf dem alten Friedhof in Darmstadt bestattet. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Auszeichnungen 1966. Bester Darsteller für Wojciech beim Internationalen Fernsehfestival Prag 1975. Filmband in Gold für falsche Bewegung im Gesamtensemble 1976. Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1979. Bambi 1981. Goldene Kamera für Colin 1991. Adolf Grimmepreis mit Silber für Wer zu spät kommt, das Politbüro erlebt die deutsche Revolution 1991. Ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der schönen Künste 1992. Sonderpreis des Bayerischen Fernsehpreises.